Hallo Leute und was geht und ja Leute, ich zeige heute meine ganzen YouTuber-Süßigkeiten, mal sagen. Gut verletzt. Äh, ja, hier sind sie. Taki Fuego. Die möchten manche nicht, zweimal diese sauren Gurken, die sind egal und sehr sauer, anscheinend. Und dann noch dieses Sauerpensch, ja, ja, und dann noch diese geilen Nürnens, dicke, krass, einfach Nürnens. Und dann habe ich ja noch, wie immer, diese Nacho-Takis, ja, und dann noch Takis-Blue-Hit, die originale Wahl. Ja, Leute, und das ist meine ganze Sammlung. Und ja, ich hoffe, das sehen meine Freunde auch und die können dann hier auch essen. Ähm, ja, und das wird sehr cool dann. Ähm, ja, dann Leute, ciao. Ähm, ja, ja. Bis zum nächsten Mal.